Hallihallo, Moin ihr Lieben, Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Quick and Dirty Verkürzungsvideo. Wir wollen euch mal wieder einen Bourbon präsentieren. Eigentlich ein Klassiker, Knob Creek, aber ein klein wenig neu ist er dann doch. Zwar ist das ein Small Batch, neun Jahre alt. Geändert hat sich auf jeden Fall das Flaschendesign. Nehmen wir vor etwas kleiner, ein bisschen bauchiger die Flasche, ist jetzt etwas höher, schlanker, wirkt dadurch aber irgendwie ein bisschen frischer, moderner, etwas wertiger würde ich auch fast sagen. Inwieweit sich das auf den Inhalt auswirkt, wollen wir aber in erster Linie unter die Lupe nehmen und das übliche Spiel mit dem Verschluss, diesem Wachsversiegelten, der sich doch sehr, sehr schwer lösen lässt. Auch der Korken sitzt sehr gut da drin, mein lieber Schwan. Auch mal fast ein Korkenzieher. So, verloren hat er. Und das Vormittagessen. Ja, mit neun Jahren eine Abfüllung mit Altersangabe im Bourbonbereich ist jetzt im Standardsegment nicht so häufig anzutreffen. Eagle Rare 10 Jahre fällt mir da noch ein. Aber ansonsten, so gerade im Massenmarkt, ist das sehr häufig ohne Altersangabe. In der Nase erwarten mich typische Bourbonnoten. Einerseits die frisch geöffnete Dose Mais, die sofort da ist. Aber es kommt auch sofort eine Fruchtigkeit dazu. Helle rote Früchte. Ein bisschen was Beeriges. Und dann so eine karamellige Süße. Das ist mir so ein bisschen erstaunt. Ein richtig sattes Aroma, was einen da erwartet. Gar nicht so leicht und flüchtig, wie ich das oft von Bourbons kenne. Sehr schön. Das wirkt nicht alkoholisch in der Nase, trotz der 50%. Jetzt nicht irgendwie, dass so eine Schärfe oder so zu vermuten ist. Das kommt auch richtig voluminös daher. Das gefällt mir schon mal echt gut. Und auch diese Maisnote, die mir an Bourbon eigentlich grundsätzlich gar nicht so gut gefällt. Die auch ein Grund dafür ist, dass ich Bourbon halt nicht so gerne, nicht so häufig trinke. Da sind wir hier jetzt aber schnell davon ab. Die hat sich schnell verflüchtigt. Okay. Probieren wir es. Zum Wohl. Der erste Gedanke ist, wow, sehr fruchtig. Ich bin tatsächlich auch hier bei Beerenfrüchten. Rote Früchte. Ein bisschen Spur Stachelbeere. Dann erst noch ein bisschen nachgelagert. Die typische Bourbon Note auch hier. der Mais noch deutlich, aber nicht so hervorstechend, wie er sonst gerne mal auftritt. Ich denke mal schon, dass das aufgrund des Alters von neun Jahren da schon ein wenig abgenommen hat. Die 50% wärmen gut durch, insbesondere im Abgang nachher. Das ist schon ordentlich. Jetzt kommt so eine, so eine leichte Wachsigkeit mit dazu. Vielleicht schon mal gehabt, wenn so behandeltes Obst vergessen wurde abzuwaschen. Da ist so ein kleiner Geschmack noch mit dabei. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Passt hier aber gut ins Bild. In der Nase inzwischen deutlich würziger geworden. Die Süße ist dunkler geworden. Und auch im Mund. Nach dem Moment verschwinden die Früchte. Es geht mehr über in Richtung feine Würze, dezenter Holznoten. So eine Spur von Schokolade mit Nüssen. Aber ganz entfernt. Interessant insgesamt. Ich glaube persönlich aufgrund der 50%, die im Mund stellenweise zumindest ein bisschen scharf wirken. Wäre das Ding tatsächlich mal einen Versuch auf Eis würfeln wert. Um dem Ganzen diese Schärfe ein bisschen zu nehmen. Oder ihn einfach noch ein bisschen stehen zu lassen. Das passt aber wiederum nicht so quick and dirty. Von daher versucht es doch einfach mal selbst. Für 38,90 geben wir so ein Fläschchen ab. Ich finde, das kann man durchaus mal machen. Das lohnt sich. Auch abseits ausgetretener Fahrer einfach mal was zu probieren. Haben wir jetzt gerade auch gemacht. Und gar nicht mal so schlecht. Sag ich mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bis hierher. Lassen wir es für heute gut sein. Morgen trinken wir was anderes. Schönen Tag wünsche ich euch. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.